Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Eppel, und es ist wieder am Start, und zwar in der nächsten Ruhe der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal mit einer kleinen Sensation und Innovation auf diesem Kanal hier weiter. Und zwar habe ich dieses Mal ein krasses Testprodukt, und zwar die Akinori Dashcam Angel. Dashcam, okay, kennt der ein oder andere schon, ist jetzt keine Innovation. Aber warum ist die eine Innovation? Das Gerät kommt auf dem ersten Bildschirm daher erstmal ohne Bildschirm. Und zwar, wie ihr das hier so seht, einfach nur wird es an die Scheibe geklebt. Mithilfe dieser Adapterplatte. Und ihr seht, die Dashcam hat jetzt keine Ähnlichkeit mit sonst irgendeiner Kamera, sondern das Gerät ist für absolute Priorität in Form von Sicherheit gedacht. Keine Ablenkung durch einen eingebauten Bildschirm. Sehr interessant, dafür hat es GPS, Glown-S und sonst was für ein S. Nein, kleiner Spaß am Rande, sondern wir haben WiFi eingebaut. Das Gerät kommuniziert per WiFi mit eurer App auf dem Telefon. Das ist die Cam, da haben wir dann den Stromversorgungs-Kfz-Adapter. Hier haben wir dann gleichzeitig noch eine Speicherkarte dabei. Und an der Stelle ist das Ganze sogar patentiert. Wieso patentiert? Weil es eine spezielle Form hat. Und zwar diese Form, dass die Kamera nicht irgendwie gegen die Scheibe filmt und Reflexion abfilmt, sondern es liegt sozusagen direkt auf der Scheibe drauf. Und so wie das Ganze hier aussieht, soll es dann auch befestigt werden. Gucken wir uns mal die wichtigsten Daten an. Wir haben natürlich eine Full-HD-Kamera, damit wir alles aufzeichnen können mit 30 Bildern pro Sekunde. Das Ganze kann ich auch auf 720p runterstellen. Das ist jetzt Quatsch. Dann lieber doch für die maximale Reichweite. Im Lieferumfang ist normalerweise eine 32-Gigabyte-Karte drin. Und in dem Fall ist es jetzt hier bei mir eine 16-Gigabyte-Karte. Ansonsten haben wir WiFi drin, direkt verbaut. Einen Sony-Sensor. Wir haben GPS und Glown-S, wie wir hier so sehen können. Wir haben eine 220 mAh Batterie. Die ist aber nicht dafür da, dass das Ding ohne Strom funktioniert, also ohne jetzt den Kfz-Stecker, sondern für Unfälle. So kann sie acht Minuten lang tatsächlich noch Videomaterial aufzeichnen, auch wenn schon längst der Unfall geschehen ist und die Stromverbindung unterbrochen wurde, wenn die Zündung beispielsweise ausgeht. Sehr interessant. Wir haben einen G-Sensor drin mit drei Achsen Stabilisation. Das hört sich auch sehr interessant an. Weiterhin haben wir Mini-USB, kein Mikro und kein USB-C. Hier wird auf Mini-USB ganz robust gesetzt. Und wir haben ein TV-Out. Und das fand ich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir können die Kamera auch direkt so anschließen und dementsprechend dann auch noch weiterhin die Videodateien uns anschauen. So, gucken wir uns das Gerät an der Stelle erstmal an. Das ist die Kamera. Sieht auf jeden Fall futuristic aus, wie wir das hier so sehen. Hinten ist dann direkt erstmal der Mini-USB-Anschluss verbaut. An der Seite hier ist irgendwas, weiß ich nicht, was man da machen kann. Auf jeden Fall mit einem Schraubenzieher ist es nicht zugänglich. Hier oben ist ein riesengroßer Kühlkörper, denn die Kamera wird wirklich ziemlich warm im Betrieb. Und weil hier keine Lüfter natürlich drin sind, ist das Ganze aus Metall unten drunter. Hier ist Plastik ringsherum. Oben ist der Einschalt-Button. Dann haben wir einen Notfallaufnahmeklopf und den ganz normalen Aufnahme-Button. Weiterhin haben wir dann hier die Möglichkeit, die Micro-SD-Karte unterzubringen. Und TV-Out ist hier an der Stelle dran und zwar mit HDMI. Und dementsprechend können wir das Ganze so auch schon an den Bildschirm anschließen. Reset-Button haben wir drin. Hier unten kommt die Micro-SD-Karte rein. Und dieses kleine lustige Gerät hier ist dafür da, dass ich die Linsensteuerung nochmal verstellen kann. Fand ich sehr interessant. Und somit können wir auf jeden Fall die richtige Position einstellen. Man muss sich vorstellen, so kommt es an die Autoscheibe dran. Und ich kann dann einstellen, je nachdem wie hoch mein Auto ist, ob ich das gut sehen kann. Die Hilfe habe ich natürlich über die App-Steuerung, weil ich das Ganze dann dementsprechend auch ohne Probleme sehen kann bei der Einstellung. Sehr interessant. Wie gesagt, jetzt hier die Micro-SD-Karte dabei. Hier an der Stelle, bei mir ist es ja ein Testprodukt an der Stelle, haben wir 16 GB statt 32 von Transcend. Und einen Samsung-Adapter ist egal. Ich freue mich auf jeden Fall über das Gerät. Und wir gucken uns das auch mal an. Und wir schauen auch mal an der Stelle hier rein. Wir haben dieses Mal gleich zwei USB-Ausgänge. Jetzt muss ich einmal schauen, steht hier auch was drauf. Das steht jetzt hier nicht. Wie viel der Adapter raushaut. Macht aber auch nichts. Dann schick verpackt geht es unten weiter. So, wir gucken mal rein. Da haben wir jetzt hier anscheinend die ganzen Bedienelemente drinne und Anleitungen. Das heißt, einmal haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das müssen wir mal auspacken. Das ist jetzt hier die Anbringung. Und, ah, wir haben sogar zwei dabei. Das ist schon mal sehr cool. Ah, ich habe nämlich schon Angst gehabt, wenn ich das einmal festklebe, dass ich es dann wieder abreißen müsste. Und kann es dann nicht nochmal neu irgendwo anführen. Ich kann es an der Stelle wohl schon für zwei Autos verwenden. Wenn ich mich jetzt hier richtig mit auseinandersetze. Genau, das sind zweimal dieselben. Sie sehen ein bisschen anders aus. Der eine ist ein bisschen höher, der andere ist ein bisschen niedriger. Das heißt, hier kommt die Kamera dann später rein. Das Ganze funktioniert dann eigentlich nur so, indem ich das Ganze nach vorne drücke. Ach so, und dann... Ach so, das war es schon. Das war es einfach schon. Ich muss es bloß reindrücken und dann kann ich es x-beliebig wieder dann rausziehen. Das ist natürlich top. Das heißt, das sitzt wirklich bombenfest. Das kriege ich gar nicht mehr so schnell ab. Da muss ich dann erst mal schauen, wie das funktioniert. Wie gesagt, oben ist 3M-Klebeband drauf. Das ist dafür da, damit ich natürlich ohne Probleme das Gerät dann abschotten kann. Sozusagen ist hier die Glasscheibe. Ihr werdet es ja dann später im Video noch sehen. Und dann kann ich das hier einstellen, auch nochmal von der Höhe. Das finde ich echt mal interessant gemacht. Hier, wie gesagt, das zweite. Und dann haben wir sogar noch die dritte Möglichkeit, dass ich sogar dreimal wechseln kann. Ich kann in zwei Autos sozusagen das Gerät installieren und könnte es dann hin und her switchen, wenn ich denn zwei Autos habe. So, was haben wir denn hier? Oh, was ist hier passiert? Da ist irgendwie ein bisschen Druckerschwärze anscheinend zwischen bei der Anleitung der Dashcam. Das gucken wir uns später nochmal an. Weiterhin haben wir dann hier nochmal das Cleaning-Tuch. Da ist leider nur eins dabei. Das ist dafür da natürlich, dass ich die Scheibe erstmal reinigen kann, dass der Kleber hier auch gut hält. Ansonsten bringt mir das nicht viel. Guck mal unten rein. Bei den Kabeln wird es auch sehr interessant. Das ist auch nicht nur so ein 0815-Kabel dabei. Und dann, sobald wir das erstmal rausgeholt haben, wenn ich es dann rauskriege. So, nach kurzer Gewaltanwendung habe ich den Karton dann auch rausbekommen. Haben wir hier zum Beispiel einen Bonus von den Kabeln her. Und zwar nicht nur das ganz normale Stromversorgungskabel, sondern natürlich einmal das ganz normale Mini-USB-Kabel. Heißt USB-A auf Mini-USB. Okay, dementsprechend sieht man es da gut. Das ist auch schön lang. Das ist praktisch. Aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit, direkt in die Bordelektronik reinzugehen. Wer das jetzt nicht mag, über USB. Das Ganze ist ja wie gesagt beim Zigarettenanzünder der Fall. Sondern wer sagt, okay, ich möchte auf Nummer sicher gehen. Mein Zigarettenanzünder ist an der Stelle zwar in der Mitte immer besetzt. Ich habe da einen FM-Transmitter drin. Ich habe da andere Ladegeräte drin. Ich brauche den, was weiß ich, für eine Kaffeemaschine oder sonst was. Kein Problem. Dann hat man hier das offizielle Kabel dabei. Das wird in die Bordelektronik direkt angeklemmt. Und sobald Strom auf dem Auto ist, wird das Ding sofort anfangen zu filmen. Ich brauche es an der Stelle nicht. Deswegen verbaue ich das auch gar nicht. Jetzt war es das erstmal so vom groben Ganzen her. Jetzt schauen wir uns doch mal direkt die App an dazu. So, nachdem ich das Ganze jetzt erstmal vorbereitet habe, geben wir dann jetzt erstmal Strom auf die Kamera. Das funktioniert so, indem wir einfach natürlich den Stecker reinstecken. Ich mache das jetzt mal per Powerbank erstmal per Fernzugriff. Das ist jetzt für mich ein bisschen bequemer. Dementsprechend sehen wir jetzt hier schon, die Kamera braucht erstmal einen kleinen Moment und startet erstmal. Und sobald das Ganze getan ist, wird hier das WLAN-Signal dann ausgestrahlt. Und da gehe ich dann die Suche mit meinem Smartphone ein. Übrigens ein super Hinweis von dem Ding ist, ihr könnt die Sprache auch auf Deutsch stellen. Und der hat mir eben gerade zum Beispiel zugerufen, dass keine Speicherkarte drin ist, weil die habe ich nämlich völlig vergessen. Das heißt, wir müssen das Gerät jetzt an der Stelle neu starten, mit Speicherkarte natürlich. So, Speicherkarte ist jetzt an der Stelle wieder drin. Jetzt geben wir wieder neu Strom drauf. Dann lassen wir ihn nochmal direkt hochfahren und mal sehen, ob er jetzt noch was zu sagen hat. Nachdem das Ganze jetzt funktioniert hat, gehen wir in den Play Store und laden uns die Akanori Mobile Client App runter. Habe ich jetzt an der Stelle schon getan. Die hat leider nicht ganz so eine tolle Bewertung, ist ein bisschen ärgerlich. Stürzt auch des Öfteren mal ab. Wird aber an der Stelle schon wieder aktualisiert, so wie ich das gerade eben gesehen habe. Ich habe nämlich schon wieder innerhalb von fünf Tagen die nächste Aktualisierung runtergeladen. Wenn ihr das geschafft habt, geht ihr dann direkt erstmal auf WLAN. Da müsst ihr dann auf jeden Fall erstmal die Dashcam verbinden. Das hat sich jetzt gerade bei mir von alleine erledigt, denn die Dashcam strahlt ja von allein das WLAN-Signal aus. Als nächstes gehen wir direkt auf die Akanori App. Die sagt wieder gleich Fehlermeldung, trotz Aktualisierung, ist immer wieder lustig. Und ihr seht auch schon, aha, da kommt auch schon mal die erste Aufnahme direkt dazu. Da bin ich jetzt auch schon direkt dabei und die nimmt auch schon wieder auf. Das heißt, hier oben wird direkt angezeigt, Rekord. Und seit drei Minuten ist die schon wieder direkt am Filmen. 11.10., den haben wir heute. Mal gucken, ob wir das Ganze im Breitbildmodus mal ein bisschen größer kriegen. Und dann könnt ihr hier mal einen Blick drauf werfen und seht schon, aha, da ist keine Geodata. Das heißt, er hat noch keinen GPS-Fix gekriegt, denn wir sind ja natürlich gerade drinnen. Und das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ja, ansonsten, wie gesagt, nimmt die Kamera, also sobald sie Strom bekommt, automatisch auf. Ihr seht das jetzt hier schon. Und wir sind jetzt schon voll dabei. Und müssen dann dementsprechend natürlich erstmal jetzt hier eine Aufnahme beginnen, beziehungsweise stoppen. Das kann ich über die Smartphone-App direkt so machen. So, jetzt habe ich das. Jetzt kann ich auch wieder auf Rekord gehen. Aufnahme ist in Bearbeitung. Aufnahme ist in Bearbeitung. Heißt, er fängt sofort an aufzuzeichnen. Wir sehen das hier oben im Livestream. Da wird dann direkt alles direkt drüber angezeigt. Finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Ich kann auch Screenshots machen. Die hören sich ein bisschen komisch an, als wenn sich gerade einer vernießt hat. Aber funktioniert. Okay. Das heißt immer Aufnahme Stopp. So, und ansonsten kann ich jetzt hier zum Beispiel schauen, wenn ich die App vorher auf Deutsch umgestellt habe, ob ich meinen Cache wieder löschen möchte. Denn wo ich zuletzt war, wird natürlich auch hier angeboten. Und zwar per GPS. Oder ich kann natürlich die SD-Karte auch direkt beliebig formatieren. Gucken wir mal auf Stopp. Passiert nichts. Bei Favorites kann ich auch noch nichts tun. Und das ist erst einmal die Live-Übertragung. Ansonsten geht es bei der App direkt weiter. Da haben wir dann jetzt hier die Möglichkeit, wieder aufzunehmen. Ansonsten gehen wir hier oben rein ins Archiv. Und das sind zum Beispiel die Aufnahmen, die eben gerade schon aufgezeichnet wurden. Während ich die Kamera einfach nur mit dem Strom versorgt habe. Auch was schön ist jetzt hier dran. Ihr seht schon die großen Megabyte-Zahlen. Die kann ich direkt runterladen. Und zwar in Echtzeit. Da brauche ich halt kein WLAN-Netzwerk hier über einen Hotspot. Sondern die Kamera ist der WLAN-Hotspot. Und lädt die Videodateien jetzt automatisch auf den internen Speicher vom Smartphone runter. Das Ganze geht relativ zügig. Bei 85 Megabyte. Okay, es dauert halt doch ein bisschen länger. Und dann kann ich mir die Dateien aber auch in Echtzeit anschauen. So, da haben wir es gesehen. Jetzt wurde das Video direkt runtergeladen. Binnen von ein paar Sekunden. Auch selbst die Mikrofonaufnahme ist echt gut. Klingt wirklich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir gucken uns das Ganze natürlich im fahrenden Modus nochmal an. Was auch hier sehr schön ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche die nicht mehr, die Datei, dann lösche ich die direkt. So, jetzt haben wir GPS endlich gekriegt. Und ihr seht das, also wirklich nicht lange schnacken, sondern sofort alles anklicken und löschen. Und ich kann den ganzen Speicher binnen von ein paar Sekunden jetzt hier leer machen. Finde ich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Da die App-Steuerung wirklich zuverlässig ist, kann das Ganze natürlich auch noch sortieren nach Fotos, Videos oder allgemeinen Dateien, die ich jetzt hier drüber aufgezeichnet habe. Mehr kann das Ding jetzt an der Stelle schon gar nicht. Wir können höchstens jetzt hier oben noch reingehen, die Auflösung direkt einstellen auf Full HD. HD mit 720p oder SD. Ich würde immer in Full HD aufzeichnen. Anders gibt es für mich gar keine Videoqualität. Auch hoch bleibt immer dabei, weil ihr könnt die Speicherkarte ja immer wieder überschreiben. Videodauer wird in einer Minute Videos ansonsten auch aufgezeichnet. Die ansonsten Overlay-Daten sind eingezeigt. Die Anzeigedatum bzw. die Koordinaten über GPS werden natürlich auch mit eingeblendet. Ihr könnt es auch ausschalten, wenn es nicht braucht. So wie die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde oder kmh. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich werde das Ding jetzt direkt erstmal unten mit anbringen. Ansonsten das Mikrofon kann ich auch ein- oder ausschalten. Meinetwegen, wenn ich natürlich der absolute Raudi bin und im Auto nur rumfluche, sollte ich das Mikrofon vielleicht ausgeschaltet lassen, falls es mal zu einer Gerichtsverhandlung kommt, wo die Videodatei zulässig ist. Ansonsten haben wir die Empfindlichkeit des G-Sensors. Ich lasse das auf den Voreinstellungen, auf Mittel. Dann haben wir hier GPX. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, was das jetzt an der Stelle erstmal ist. Aber es wird auf jeden Fall mit aufgezeichnet. Anscheinend sind das die Straßendaten jetzt hier, wie er mir anzeigt. Warnmeldungen kann ich zum Beispiel auch eingeben. Allerdings ist das nur für Russland der Fall. Warum das jetzt hier so ist, vielleicht gibt es da irgendwann mal noch eine deutsche Unterstützung. Das würde ich mir jetzt wünschen. Ich habe es ja auch noch nicht im Auto dran gehabt. Das werde ich jetzt hinterher machen. Ansonsten, Länder werden nur Russland unterstützt. Das ist, wie gesagt, sehr schade. Es ist ja auch eine russische App, die Ankenori-App. Und wir gucken jetzt mal hier. Datum und Uhrzeit ist bei mir hervoreingestellt, wird vom Telefon direkt mit übernommen. Und der Sound ist immer auf an. So wie die Sprache kann ich in verschiedenen Sprachen nutzen. Allerdings, wie gesagt, wird Russland am besten unterstützt. Ja, ansonsten, WiFi der Kamera kann nicht ein- und ausschalten. Ich lasse es jetzt einfach dauerhaft an, da die Bedienung natürlich mit dem Smartphone sehr komfortabel ist. Und ihr müsst ja nicht immer Fahrer sein, sondern als Beifahrer oder auch auf den Rücksitzen könnt ihr die Kamera dann dementsprechend ansteuern und damit auch überwachen. Ziemlich praktische Sache. Das war es jetzt eigentlich am ersten schon mal davon. Wir gucken jetzt das Ganze erstmal an, wie die Montage im Auto so aussieht. Wenn ich jetzt die Kamera hier oben nämlich gegen machen muss, ist es bei mir zum Beispiel so, dass meine Scheibenwischer zum Beispiel gar nicht richtig hier die Scheibe frei machen. Die gehen nämlich von rechts nach links. Zeige euch mal. Und zwar funktioniert das Ganze so. Genau. Wir haben zwar eine ganz klare Sicht, wie wir hier so sehen können, aber im Endeffekt ist das Ding jetzt hier oben natürlich im Weg. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Kamera draufsetzen würde, passt auf, gucken wir mal ganz kurz aufs Display, ist bei mir, wenn es so regnet wie heute, gerade Sense. Das heißt, ich muss erstmal ein ganz kleines Stück runter und sehe dann binnen von Sekunden wird das Bild dann auch endlich mal wieder schärfer. Und so ist das Ganze dann auch richtig. Das heißt, wir haben jetzt die Kamera hier am obersten Ende. Allerdings muss ich wieder aufpassen, dass ich genau hier diesen Stringtanger von rechts und links, wo die Scheibenwischer nicht lang kommen, ausspare. Ach, das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Und zwar ohne das Klebepette. Ich habe das Ganze einfach hier gegengesteckt und das Ding hält bombenfest. Das hätte ich jetzt wirklich an der Stelle gar nicht erwartet. Ich hatte ja erst gedacht, dass ich die da oben anbringen werde. Nun hängt sie aber hier unten. Ich hatte sie auch ein Stück weiter auf der linken Seite und auf der rechten Seite auch mal ausprobiert. Allerdings seht ihr, hier ist das verschmutzt und in der Mitte machen die Scheibenwischer natürlich alles wunderbar schön frei. Und das Ding stört auch nicht. Und die Sichtweise könnt ihr euch ja auch dementsprechend jetzt mal anschauen, wie das Ganze so funktioniert.